Hallo Leute, willkommen zurück zu Ballyhood. Heute schauen wir uns den Trailer Super Sing an. Los geht's. 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 Super Sing an. Super Sing an. Super Sing an. Los geht's. wenn dich das so mir am eu nicht her Ich hab dir das so lange, es ist das so schön. Nein, 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 nein. Ich bin der Lovale Furt des Lovatsen. Ich bin der Lovale Furt des Lovatens. Ja, der ist ein Lovatens. Ja, Promotion ist wichtig. Ja, Promotion ist wichtig. Super Superhero! Ist das Kuh-Scheiße? Das war ein wirklich lustiger Trailer. Ich denke der Film ist wirklich mit viel Comedy, sowohl auch mit viel Hero Action. Und natürlich verliebt sich der Hero auch in eine Frau, versucht sich zu überzeugen mit seinen Kräften, mit seinem Humor. Also ich finde den Trailer schon mega witzig und ich würde den Film auch auf jeden Fall gerne schauen wollen. Und mal sehen, vielleicht gibt es ihn auch irgendwann in Deutschland. Und jetzt ist es Zeit für Bellys Dialog. Uff, Pijonji beihe! Danke fürs Zuschauen! Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt die Kommentare hier unten hin. Und bis bald! Belly out! 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 Belly out!